Kevin Fey, der Play-Off-Gegner ist bekannt, es ist Genf-Servet, der Gegner, den er in der Meisterschaft drei Mal von vier Mal bezwingen konnte. Wie schaut ihr diesem Duellen-Gegner? Ja, ich glaube, schlussendlich sagt jeder immer das Gleiche, Play-Offs sind Play-Offs. Aber persönlich bin ich froh, er ist der Gegner, den ich auslesen konnte, hat ausgelesen, weil es gegen Zimmer intensive, körperbetonte Spiele gibt, spannende Spiele. Vielleicht hat es einen kleinen Vorteil gehabt, aber das zählt nicht mehr in den Play-Off. Und am Ende ist es vielleicht auch weniger weit als auf Davos. Von daher sind wir gespannt, freuen uns und warten natürlich am Ende auf das Entscheiden, wie und wo weitergeht. Merci vielmals, Kevin Fey.